Ich hatte Nego ja schon glaube ich am Ende von Teil 2 nach dem Abspann vorgeschlagen, ob man Teil 3 nicht streamen würde, aber zumindest glaube ich hatte sie gesagt, dass es halt mit der Webcam Probleme machen würde, dass das nicht möglich wäre. Von daher, zu nah, schlechte Bildaufteilung, Bericht, was haben wir denn da? Das sind die komischen Sarkophag-Aliens, das heißt sie werden auch hier aufgehoben, wo die entführten Menschen sind. Iris 514 geht sofort in Druck. Ich leite das an die Gouverneurin weiter. Sie gibt dir dann den Code für die Schlachthäuser. Das waren doch nicht die Schlachthäuser? Mein Mission Schlachthaus steht doch da oben abgeschlossen, oder? Hm. Hm, ah ja jetzt ist der... Halt, habe ich noch eine Sicherung übrig? Oder habe ich mehrere? Egal, Hauptsache ich komme da durch. Wie viel Geld bekomme ich eigentlich von so einem Ding? 50 glaube ich, ne? Vielleicht finden wir irgendwann nochmal ein Spiel im Stream, wo man einen Let's Get Drunk Stream draus machen kann. Eines hatte ich schon angedacht, aber... Eines der schlechteren Leisure Suite Larry Spiele? Ich glaube, dann fehlt uns das Niveau wieder im Stream. Niveau. Ah, der war gut. Okay. Ja genau, der Rückweg. Da fehlte mir ja. Da habe ich schon ein Foto gemacht gehabt, aber wurde mir gesagt, nö, hier kommst du nicht raus. Mach erst mal Bilder. Hallo mein Freund. Von daher gehe ich mal ganz stark davon aus. Bonk. Erzähl mir jemand... Er muss eher dagegen kicken, oder? Ja, Sir. Ja gut, dann kann man reingehen, speichern, wieder rausgehen, aber das ist doch bescheuert. Lollipop Chains. So, ja, der Name sagt mir noch was. Öp, noch ein neuer Arzt. Die Alpha-Abteilung und die Doms stecken hinter den Entführungen. Ein Exklusivbericht in Ausgabe Nummer 514 von Iris. Hm. Wir haben so schnell gemacht, wie es ging. Hier ist der Code. Ah. Glückwunsch zu Ihrem Bericht. Okay. Den Code haben wir jetzt schon bekommen, weil ich ja schon fotografiert hatte, das Ding am Eingang. Das ist gut. Aber, mir fehlt noch eine Perle, fällt mir gerade ein. Mäh. Aber bis ich jetzt da wieder hinfinde, das könnt ihr vergessen, Mädels. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich in Relation zu der Perle gerade bin. Das heißt, ich werde jetzt beim nächsten Mal in der Stadt den Perlen- und Tierdetektor kaufen, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Und vielleicht offscreen dann nochmal hier reinkommen und das Ding holen. Weil jetzt werde ich nirgendwo mehr hinfinden wahrscheinlich. Obwohl. Eigentlich müsste ich ja nur mit der Bahn wieder reinfahren und gucken, ne? Ja gut, aber das Gucken würde dauern. Ne, ne. Das mache ich dann später. Hier kann ich nicht drüber hüpfen. Wo ist denn unser Rückweg? Den muss ich auch erst mal finden. Ich wünschte, ich könnte so viele Energydrinks gerade in mich reinkippen, wie du hast, äh, Mindsocker. Ehrlich gesagt, irgendwie verträgt mein Magen die Dinger nicht so gut. Kann ich mich am Rand durchschleichen? Ne, oder? Also die meisten Minen sind eher mittig orientiert. Aber ich kann mich vielleicht ein wenig am Rand vorbeischleichen. Dass das Zielen erleichtert. Ja, das klappt ganz gut. Erstmal schön am Rand vorbeischratzen. Funkensprung. New Newt. Dann muss ich noch den Ausgang finden. Und dann haben wir das auch geschafft, Leute, Leute, heute. Ich werde auf jeden Fall nochmal zur Iris-Basis zurückgehen. Und danach werden wir vielleicht noch ein ganz bisschen Erkundung machen. Ich sage ja, bis Mitternacht kann ich mir vorstellen, machen wir heute noch. Aber dann ist auch wieder Feierabend für heute. Dann haben wir wieder so einiges erreicht. Also, eine dieser größeren Missionen hier pro Stream scheint relativ gut reinzupassen, würde ich sagen. Tee- und Handeltraining, Kardon. Also, wenn ihr das tun müsst, um mir hier beizuwohnen, klingt nicht allzu schön. Ach, so geht das. Kann man damit runterkicken. Oh, das ist cool. Und wir sind... Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Ausgang ist nicht weit. Ah ja, genau. Da müssen wir den Code eingeben. Passt. Ne, lass mich anlegen. Stimmt, den Code habe ich ja schon. Ich muss da nicht mal knipsen. Nachrichten. P6, W8. P6, ups, da war ich schon. W und 8. Tadah! Nur noch eine große Mission, bevor das Richtung Finale geht. Also Richtung Mond wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir zurück zu Iris, um das Team abzudaten. Na gut, das würde sogar erklären, warum ihr alle sagt, das Spiel ist relativ kurz. Also, da gibt es im Endeffekt vier größere Missionen plus 100% Potenzial des Spiels. Wie war das nochmal? Fabrik, Schlachthaus, irgendwas fehlt noch. Eine dritte Sache. Und dann kam der Mond, ne? Das heißt, die drei Missionen habe ich im Endeffekt, glaube ich, am Anfang schon mal gesehen in der Iris-Missionsbesprechung. Äh, meinst wegen Turm von Babel. Ähm. Wenn du mich auf Facebook hast oder findest, dann am besten dort, würde ich sagen. Weil das Nachrichtensystem von YouTube ist inzwischen grottenschlecht. Also, mit einzelnen Personen schreiben kriege ich ja noch hin. Aber, wenn, wenn ihr mal auf YouTube mit mehreren Leuten gleichzeitig schreibt, wie ich eben teilweise auch mit den Sprechern für Final Fantasy. Das Problem ist, die Nachrichten auf YouTube, die werden nicht chronologisch sortiert, nachdem man sie bekommt, sondern nach, ähm, Gesprächen, die man führt. Wer es jetzt noch nicht weiß. Das heißt, im Endeffekt, ich kann jetzt Anfang dieser Woche, sagen wir mal, ich fange Montag einen Dialog mit Matze an. Bekomme danach dann eine Nachricht von Gotik. Und danach dann wieder eine von Matze am Freitag oder am Ende der Woche. Das Problem ist immer noch, dass die Nachrichten von Matze immer noch unter der von Gotik stehen, weil er den Dialog vorher mit mir angefangen hat. Jetzt macht das mal mit zehn verschiedenen Gesprächen. Und die neuesten Nachrichten stehen trotzdem immer noch ganz unten, unter dem, äh, Gespräch, was du da angefangen hattest. Äh. Das ist so mies. Du, Runo Fly weißt vielleicht noch, wovon ich rede. Mit ihm hatte ich ja auch geschrieben. Und, äh, da ging es mir nicht anders. Also, ich glaube, er war auf der zweiten Seite angekommen inzwischen von den Nachrichten, die ich schreiben durfte. Und, äh, ja. Dann mal mitzubekommen, er hat eine neue Nachricht bekommen. Wenn dann noch die, die, ähm, wie heißt es hier, die Nachrichtenanzeige oben rechts nicht ganz so funktioniert hat für einige Wochen teilweise. Dann, ja, gute Nacht. Eine neue Nachricht. Schön, dass das Spiel mich dran erinnert, dass ich noch, äh, gegen den Hai spielen kann. Das werde ich machen, aber er ist wahrscheinlich offscreen. Ich werde versuchen, ein bisschen zu üben und gucken, ob ich es konstant hinbekomme, gegen ihn zu gewinnen auf der Tausenderwette. Dann werde ich es vielleicht onscreen zeigen. Aber, ach, Angriff. Aber, ähm, ich sag mal, ich werde jetzt nicht wieder eine halbe Stunde oder sowas verbringen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann kommt wieder so ein, so ein, so ein Fliegedenks. Ui, 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 ui. Ein bisschen zu nah auf Tuchfühlung, mein Lieber. Lässt du mal ein bisschen Privatsphäre, bitte? Au. Okay, jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du mich geärgert. Und ich habe eine gute, eine Gotik, eine gute neue Kanone. Die Gotik-Kanone. Volles Fund aufs Maul. Feuer! Mach die Phaser klar! Hüpf, hüpf! Ich krieg dich! Action! Ah, komm schon. Wie er die ganze Zeit mich hier über diese blöden Laser locken will. Ah! Fug! Uff. Das wirst du mir büßen. Ah! Ein und noch. Na gut, noch zwei. Ah! Ah! Vergabte Scheiße! Ich nehme jetzt mal den ganzen Reparatur-Kids, die jetzt nur noch eins kosten. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hinter mir? Kamera! Kamera, spiel. Da ist er. Ah! Der Zielung geht es besser. Jawohl! Stimmt, wir müssen noch in den Weltraum rein. Das heißt, Mats hat wahrscheinlich recht, dass wir den, äh, wie heißt es, das Schiff reparieren müssen, was in dieser privaten Nachricht an Jade vermittelt wurde. Na, dann geht mal meine Perle her. Jawohl. Guti! Dann haben wir das auch erledigt. 15 Perlen. Ich muss also wieder ein wenig Perlen suchen, verdienen, was auch immer gehen, um die nächsten Upgrades zu kaufen, wenn ich das möchte. Damals, vor dem Vietnamkrieg, da wussten wir noch, wie es was gutes Zeug war. Hm, gut. Also, ich muss in die Stadt zurück, um die Mission abzuschließen. Ich kann danach nochmal zum Leuchtturm zurück und mich in der Werkstatt umsehen. Vor allem jetzt, wo wir die Codes haben, fällt mir gerade ein. Wie war das nochmal? Wir müssen in alle Terminals einen Code eingeben, um auf das, äh, Raumschiff? Luftschiff? Also auch immer zugreifen zu können. Und ich habe ja wenigstens die zwei Codes, die unten an seinen Schuhen draufgeschrieben sind. Die habe ich schon mal. Äh, ansonsten. Ich gehe noch einkaufen, genau. Ich fange erstmal in die Stadt und ich hole mir jetzt die beiden Detektoren noch, die mir fehlen. Wenn ich jetzt wirklich offscreen noch die Perle aus dem Schlachthaus holen möchte. Jo, klar, meinen Zocker mache ich dann nach dem Stream. Aber gib mir ein paar Minuten Zeit nach dem Stream, weil ich mir wahrscheinlich erstmal irgendein Stückchen Scheiben Brot oder sowas machen kann. Meine Fußgeneration war rechts oder links? Rechts. Und ich bin fast dran vorbeigefahren. Die feuern Karon-Bälle. Wäre es nicht besser, sie würden Feuerwehrmann-Bälle schmeißen? Aber der ist ja gerade nicht da. Der erste ist ja gestern da gewesen. Okay. Ein paar Perlen bekommen wir also noch. Wahrscheinlich in der nächsten Missionsteil, sag ich mal. So wie das klingt. Ui, unsere Reparatur-Rhinos sind auch am protestieren. Der Kerl mit der bösen Voodoo-Maske. Hey, Bobuka, hast du die Werkstatt verlassen? Jo, Jet, die Werkstatt ist jetzt nicht so wichtig. Es ist wichtiger, die Freiheit von Hillis zu beschützen. Ja, da hast du recht, Mann. Aber so richtig hart. Ich gehe erst einkaufen. Obwohl, ne, ich gehe erst einkaufen. Ich möchte erst gucken, ob ich die Detektoren jetzt holen kann. Oder ich kann sie holen. Gehe ich mal fest von aus. Aber ich möchte erst das Ding holen. Und danach gehen wir zurück zu Iris. Minkzus Geschäft. War hier irgendwas drin am Anfang? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass es irgendwas Bestimmtes war. Und das hier war ja nur... Ach, das war ein Speicherpunkt. Muss ich speichern? Ja, wir haben, glaube ich, den letzten Speichersprung gehabt, als wir aus dem... Aus dem Lagern gekommen sind, ne? Besser ist es. Dü, 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 dü. Ich finde es schade, dass ich noch nicht so viele Tiere wieder knipsen konnte. Fällt mir gerade ein. Muss ich mal ein bisschen mehr wieder drauf achten. Am Anfang des Spiels konnte ich richtig viel finden. Den ersten Film so in einem Rutsch knipsen. Aber in den Fabriken? Ich meine, nur Ratten oder Fliegen oder sowas? Da ginge doch mehr, oder? Ich kann wieder eine Perle kaufen. Naja, ich brauche sie wahrscheinlich für später. Von daher, ich habe gerade das Geld dazu. Eine bekomme ich nachher, wenn ich das Tischhockey gewinne. Genau, Perlendetektor. Nee, Perlendetektor war der hier. Den will ich haben. Tada! Sieht aus wie eine, äh, eine Zukunftskugel. Für Wahrsager. Karte anzeigen, Tabulatetaste und den Detektor auswählen. Genau. Und das hier war Reparatur-Kit. Das hier war ein Tiersensor. Den nehme ich auch gerne. Was ich in Fabriken dieser Art erwarte? Hm. Mehr Fische zum Beispiel schon mal. Ich meine, wir haben genug Gewässer gesehen. Ähm, in denen Fische hätten rumschwimmen können. So wie der Zustand da war. Und wenn wir sagen, es war ein Schlachthaus damals. Ist vielleicht jetzt nicht mehr, aber, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwo in einem geheimen Raum eine Ecke, wo sie die alten Tiere eingefärscht haben. Also zum Beispiel Schweine. Auch wenn Schweine hier in dieser Welt teilweise hochkant laufen können. Ähm, solche Dinge. Also klar, es ist, es ist ein bisschen weit gegriffen. Aber wenn das Fotos-Schießen hier in diesem Spiel schon so ein zentrales Element ist. Und ich denke wieder mal an Pokémon Snap zurück. Dann ist es doch so, dass es da viel mehr zu tun gab. In dem Punkt. Die Kamera ist jetzt vom Anfang des Spiels, vom Tiere fotografieren her, eigentlich nur noch übrig geblieben zum Spionage-Werkzeug. Warum kann es nicht beides sein? Ich fände es nur besser deswegen dann. Jo, mache ich meinen Zocker. Warte, dann Nachricht checken. Hm, hm, hm. Ich habe schon fast 100% der Tiere. Mäh. Na gut. Gehen wir zurück zur Kneipe. Alle sind hier am Protestieren. Alpha heißt Mörder. Alpha heißt Mörder. Die Alpha Mörder. Ihr könnt uns nichts mehr anhaben mit eurer Werbung da oben. Vor allem, sie senden immer noch dieselbe Werbung, wie es aussieht. Von wegen, schließt euch den Alphas an. Ich würde langsam mal so ein bisschen versuchen, der Iris-Werbung entgegenzuwirken, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir können jetzt gleich das Schloss aufmachen, oder? Ne, das war ein Sternenschloss. Sternenkrater haben wir noch nicht, soweit ich mich erinnere. Hallo Mo, wie geht's? Hey Mo, weißt du deinen Plan, weißt du deinen Plan, den, äh, was? Pssst. Achso, anscheinend gibt es einen kleinen, ach, der Perlenschatz auf dem Gipfel eines Vulkans im Krater. Wo ist denn das? Noch mal gewesen. Das klingt cool, also die Mission würde ich gerne auch machen, als nächstes so. Aber dann muss ich erstmal den Vulkan finden. Hey, du kannst doch sicherlich gute Schocke spielen. Los, spiel mal gegen diesen komischen Felix-Fritzi-Typen hier. Na schön. Mit den beiden habe ich sonst nichts mehr zu tun. Dann gehen wir wieder zurück. Wie viel Anteil hat eigentlich Paige jetzt noch in diesem Spiel hier? Ich meine, wir haben jetzt Double H im Schlepptau, aber ich würde mir fast denken nachher. Das ist doch wieder Paige, den wir als Kontakt, äh, als, oder nee, wir haben wahrscheinlich sogar beide, wenn ich jetzt gerade, obwohl, nee. Das eine Feld unter, äh, dem Gesicht von, von Double H ist ja die E-Taste, wenn ich den Superangriff machen will. Äh, Moment. Ich muss gerade nochmal OBS hier nach oben stellen. Ähm, das ist ja die, die, äh, Extra-Taste, die ich dann drücken kann. Ich dachte gerade, ich hätte dann beide als Begleiter. Es ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht bekomme ich nachher ein größeres Interface und habe ich beide als Begleiter. Maybe. Aber, ich finde es irgendwie schade, dass Paige jetzt so schnell schon, naja, so schnell, aber, dass er jetzt schon weg ist, dass wir jetzt mit ihm hier rumlaufen. Er war jetzt bis jetzt, er braucht auch noch ein bisschen Screentime, aber es fühlt sich irgendwie an, als hätten wir noch nicht genug von den beiden erfahren, dass es wichtig wird, Sinn macht. Ah, Jade, Double H, perfektes Timing. Wir haben euch erwartet. Hier ist jemand, der euch gern kennenlernen möchte. Frau Gouverneurin, darf ich Ihnen unsere... Ja, wir kennen uns bereits, aus unseren E-Mails. Ihre Hilfe war sehr wertvoll für uns, Frau Gouverneurin. Ohne die Codes hätten wir überhaupt nichts tun können. Ich bin überglücklich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen können, Jade. Ihre Berichte hacken eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Nicht mehr lange, und ich bin sicher, dass wir auf die Unterstützung aller Hylianer zählen können, um die Doms und die Alpha-Abteilung loszuwerden. Hier, das wird Ihnen bei Ihrem Kampf helfen. Als hätte ich es nicht gesagt. Danke, er wird uns helfen, die Entführten wiederzufinden, wenn es nicht schon zu spät ist. Der Sternenpass. Perfekto, ich hab's gescannt. Der Chef, er lebt. Unglaublich. Euer Chef, war er verschwunden? Wir fangen von der Alpha-Abteilung. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Wildschwein. Wildschwein. Aha, okay. Plot Twist. Er meldet sich nur über Funk? Zur Sicherheit. Bis heute kannte niemand seine wahre Identität. Hedge, bist du das? Er hört dich nicht, Jade. Ruhig, er wird's nochmal probieren. Seid ganz leise. Wildschwein an Iris. Ich hab nicht viel Zeit. Sie sind überall. Sie haben mich zum Mond gebracht. Hier sind meine Anweisungen. Leitet das an Jade weiter, eure neue Reporterin. Lies die M-Disc, die ich dir gab, und finde das Schiff. Lies die M-Disc und finde das Sikon. Er gab dir eine M-Disc? Bevor sie ihn geschnappt haben. Hören Sie, Jade. Dieses Schiff ist wichtig. Das fehlende Element in unserem Plan. Wenn Sie es finden, haben wir eine Chance. Paige wird auf dem Mond gefangen gehalten, vermutlich mit den anderen Opfern. Sie müssen dorthin. Nino hat einen Plan. Bitte, Nino. Sie benutzen einen Langstrecken-Sender, um Ihre Propaganda vom Mond aus zu verbreiten. Wir treffen Sie da, wo es weh tut. Clever. Indem wir deine Berichte über Ihren eigenen Langstrecken-Sender veröffentlichen. Indem wir den Mond zerstören. Das ist ein guter Plan. Sie finden das Schiff von Paige. Sie fliegen zum Mond. Sie bereiten den Bericht vor. Sie übernehmen den Sender. Sie verbreiten den Bericht. Und die Bevölkerung rebelliert. Das wäre das Ende der Alpha-Abteilung. Was sagen Carlson und Peters dazu? Sie sagen, es wäre Selbstmord. Ich sage, man wächst mit den Anforderungen. Und eine neue Perle vor uns. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das läuft. Aber ich glaube, ihr habt so einen kleinen Punkt in eurem Plan vergessen, Leute. Ich meine, klar. Wenn wir jetzt die Bevölkerung darüber informieren, was abgeht. Dann... Danke, ich habe eine neue Mail. Terroristen vom Iris-Netzwerk verbreiten üble Propaganda gegen die Alpha-Abteilung. Die sogenannten Beweisfotos, die in ihrer Untergrundzeitung veröffentlicht wurden, sind nichts als gut gemachte Fälschungen. Ja. Wie war das? Sag, niemals glaub mir doch zu einem Mutant, sagte Kane über die GDI. Ähm, auch wenn die Bevölkerung jetzt aufgeklärt wird über die ganzen Sachen, die hier stattfinden. Die Bevölkerung wird rebellieren, ja. Und die noch menschlichen Soldaten von Alpha, die werden wahrscheinlich auch nicht unbedingt allzu froh darüber sein, das zu erfahren. Aber ich dachte, die Alpha-Soldaten sind von den Aliens zumindest zum Teil übernommen worden. Dann ist Alpha am Ende, wenn wir diese Story verbreiten, dann geht der Bürgerkrieg los. Dann ist nicht Ende, dann haben wir vielleicht unseren Job erledigt, aber dann ist Krieg. Also Ende ist das gar nicht mal. Dann haben wir erst richtig angefangen, würde ich sagen. Das ist merkwürdig, was die als Ende definieren. Aber gut, ich weiß. Deswegen. Hui, ui, 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 ui. Okay, da bekommen wir gerade unsere nächsten Perlen zum Schiff upgraden, offenbar. Ähm. Ist. Ja, alle, jetzt bekommen wir alle Perlen. Erst bekommen wir eine popelige Perle und jetzt bekommen wir den ganzen Rest, der hier in der Galerie ist. What the fuck? Und ich guck, sie arbeiten ja jetzt an Beyond Good and Evil 2, schon seit einiger Zeit angeblich. Man hat ja schon Screenshots und so weiter gesehen. Ist halt die Frage, wie sich dann die Story hier fortsetzt. Da ich das Ende der Story hier noch nicht kenne. Ja, im Ostviertel ist ein Sternenschalter. Ähm, weiß ich nicht, wie heftig oder wie stark der Cliffhanger oder ob das Ende so einen harten Cliffhanger hat, wie ich mal vermute, wenn dieses Spiel hier so kurz ist, wie ihr andeutet. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann im Endeffekt dann erst richtig losgeht, die Story in Teil 2. Dann kommt der Bürgerkrieg, wie gesagt. Das ist meine Vermutung. Ähm, ja gut, aber ich denke mal, wenn Gotik vorhin meinte, dass, ähm, wie heißt es hier noch, zwei größere Sachen kommen. Der Mond ist wahrscheinlich, es kann sein, dass der Mond das Finale ist. Was auch möglich wäre, ist, dass der Mond natürlich der nächste große Abschnitt ist, aber wir danach theoretisch zur Alien-Basis müssen, wo wir die ganze Zeit unsere Visionen bekommen, wo dieses, diese Statue ist, die ihre Hände so leicht vor, vor dem Körper so hält. Das kann es natürlich sein, dass diese Basis der Aliens auf dem Mond ist, wo die Propaganda verbreitet wird. Es kann aber auch sein, dass die woanders ist und danach dann der letzte Schritt ist. Nur nicht so groß wie die Mond-Basis, weil es halt der, der finale Punkt ist, wo der finale Kampf nur stattfindet. Ach, das ist jetzt der Eingang zur Alpha-Basis. Hm, gute Nacht, Gotik. Das ist die einzige Frage, die sich mir hier stellt, ist das jetzt der nächste Abschnitt oder ist das hier ein geheimer Abschnitt? Weil Alpha-Basis-Sektion sieht für mich so ein bisschen eher nach... Na ja... Ach, jetzt geht's aufwärts, gut. Das sieht für mich eher nach dem nächsten Abschnitt aus und nicht nach, äh, wie heißt das... Nach dem nächsten Story-Abschnitt, nicht nach einem geheimen oder optionalen Bereich. Aber ich gehe mal drauf ein. Versuchen wir's mal. Ich meine, wir haben auch den Code hierfür, ne? Irgendwo müsste es ja theoretisch ein Code-Schloss geben. Ich werde einen Weg zu Ihnen finden. Das ist ein großer Abschnitt. Gut, dann lassen wir's lieber. Wenn ich könnte, jetzt ist es zu spät. Mua, mua. Ein großer Abschnitt für ein paar Perlen. Okay. Immer mal ein großer Abschnitt für Perlen, wenn nicht schlimm. Wir haben noch eine Stunde Zeit. In einer Stunde kann ich noch ein bisschen was erreichen. Diese optionalen Abschnitte bin ich ja bis jetzt eigentlich immer relativ... relativ zügig durchgekommen, wenn ich an die Förderbänder denke. zum Beispiel. Stealth-Mission. Ihr seid sehr gute Wachen. Ihr seht euch regelmäßig um und beobachtet eure Umgebung. Die Sache ist, da oben war ja noch eine Wache, genau. Ich wollte gerade sagen, ich vermute mal, ich muss dir wieder folgen bis zu einem gewissen Punkt. Da muss ich mich dann an die Wand anlehnen. Und dann hier herauf. Aha! Das klappt ja fast schon zu gut. Äh, hi. Bin ich da? Ich muss selber meine große Klappe aufmachen, ne? Das klappt ja zu gut. Aha. Na, da haben wir einen Laser. Muss ich dann lang? Nach oben irgendwo? Schauen wir mal. Bin ich hier falsch? Ah ne, ich kann da drunter durchkrabbeln, da wo jetzt gerade seine Beine sind. Das war... Das war nicht zu früh. Uh, das ist aber eine knappe Kiste. Ei, ei, ei. Es sind aber viele Wachen, das muss ich ihnen lassen. Sie scheinen ihre... Hui! Ihre Aufgabe ernst zu nehmen, jetzt die Bevölkerung unter Kontrolle behalten zu wollen. Okay, er dreht sich anscheinend mehrfach um. Also ich komme bis hier hin und kann ja kurz warten, hoffentlich. Siehst du mich? Nein, du siehst mich nicht. Denn die Hände unten auf dem Boden, sowas erkennt man nicht als böse Wicht. Oder als Handlanger. Handlanger, Entschuldigung. Böse Wichte sind es ja nicht immer unbedingt. Sie werden ja, wenn kontrolliert von den Allianz. Aber Kletterabschnitt in dem Sinne hier macht auch gerade Spaß, muss ich zugeben. Denn es sieht, es sieht halt auch aus, als würde das hier, als wäre es glaubwürdig, diese Kletterpassage. Diese Vorsprünge und die Rohre kann ich mir alles so vorstellen. Es ist nicht wieder so, so Prince of Persia mäßig, wo ich mir denke, na gut, Prince of Persia vielleicht nicht unbedingt, aber manchmal so, so Assassin's Creed auch oder Prince of Persia, wo einige Abschnitte halt so künstlich aussehen, wo man sich denkt, nee, Architektur sieht anders aus. Ich glaube, hier kann ich durch, ohne dass er mich sieht. Das Fenster ist hoch genug. Aber hier müsste ich aufpassen. Aber er ist gerade nicht da, er geht gerade da rum. Ihr Blick. Moment, ich will nochmal gucken im Menü, wie ihr Blick jetzt aussieht. Ja. Wir müssen sie eigentlich, als wir sie gestern mit dem großen, mit dem Gesicht hatten, das muss in irgendeinem Moment gewesen sein, wo ich Escape gedrückt habe, wo sie dieses Gesicht gemacht hat. Und das Menü fängt, glaube ich, genau ihre Mimik in dem Moment ein, wo ich halt, ja, pausiere. Es müsste also mal in den beklopptesten Momenten versuchen, auf die Escape-Taste zu drücken, nur um zu sehen, was für Gesichter wir aus hier rauskriegen können. Das wär's. Hm. Kann ich ihn ausschalten? Weil wenn ich jetzt einen Knopf drücke, glaube ich, dann würde er Verdacht schöpfen, oder? Ah, ihn können wir ausschalten. Das ist gut. Hier drin hätte ich auch keine Lust, mich die ganze Zeit mit ihm zu beschäftigen. Sie sind da, sie sind praktisch, aber sie könnten so existieren, sag ich mal. Darauf will ich ja hinaus. Ostviertel. Oh, ja, das ging schnell. Uiuiuiuiui. Waren das grad zehn Stück? Cool shit, bro. Das ist ein Speichererwert. Das war ein großer Abschnitt nach eurer Definition, oder war ich einfach nur so schnell? Hm, acht, sieben. Jawoll. Gut. Oder kommt jetzt noch mehr? Wenn ich jetzt hier gerade diese Vierecktür sehe. Kann natürlich sein, dass jetzt gerade erst angefangen hat. Um eine Vorwärtsrolle zu machen. Aha. Ach so, eine Hüpfrolle. Ich wollte gerade sagen, Vorwärtsrolle und Hechtsprung oder Hechtrolle sind für mich immer noch zwei verschiedene Sachen, mein liebes Spiel. Ach, die Kameraperspektive manchmal. Hui. Ähm. Hi, wer bist du? Uppsala. What the fuck? Das ist mal eine Änderung im Spielprinzip. Hi, die Scheiße. Stormtrooper schießt auf mich los. Nein, 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 nein. Geh weg. Huah. Okay. Bullet Diamond und springen. Ha, ha, aber der, der fliegende Typ und dahinten das Schiff verfahren wir immer noch. What the fuck? Lauf, Jade. Lauf. Sie können dich nur töten, wenn du ihn zu nahe rankommen lässt. Sie würden dich niemals mit ihrem Laser treffen. Star Wars Logik. Verdammt. Verdammt. Gut gerettet. TNA, Team nicht auflösen. Carson und Peter, Seite 823. Gut gerettet. Ähm. Aber, wenn das jetzt das Intro war für diesen Oberfuzzi, dann war das viel zu plötzlich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer das ist. Ich habe ihn nur auf dem Fernsehbildschirm hier gesehen. Da unten. Seht ihr das ja gerade da. Ja, dass das halt so der, wahrscheinlich der Chef der Alphas ist, der die Rekrutierungsansprache in dem Video hält. Aber, der kommt da einfach mal so plötzlich um die Ecke und, 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 verfolg mich. Keine Story, wer das ist. Einfach nur, du, Lauf. Lauf, Schlampe. Hat funktioniert, aber, ähm. Ich sage mal, ja, das ist auch so ein Kritikpunkt, jetzt wo ich darüber nachdenke. Dem Spiel hier fehlt eigentlich ein Bösewicht. Oh, ich kann hier durch jetzt gehen, weil er die Türe einrahmen kann für mich. Klasse. Ähm, es braucht nicht wirklich gerade einen Bösewicht, oder vielleicht kommt er später noch. Aber die Sache ist halt, die Alienbedrohung ohne einen Anführer jetzt gerade, oder der Typ, dass er mir nicht vorgestellt wurde bis jetzt und so eine Antipathie-Rolle entwickelt hat. Ähm, das wäre eine gute Idee gewesen. Ich meine, zeigt mir vielleicht nochmal im Hauptquartier von Iris irgendwie so einen Zwischenbericht, wo er eingeblendet wird, also der Glatzkopf, ähm, wie er nochmal eine Ansprache hält. Dass unsere Informationen falsch sind. Wo sich dann die ganze Iris-Organisation drüber aufregt, äh, dass er versucht, uns wieder klein zu halten. Solche Dinge. Das wird gut funktionieren, meiner Meinung nach. Aber jetzt so ein plötzliches Auftreten, wo er seine Batman-Flügel ausgebreitet hat. Ah, hier können wir unser Passwort benutzen. Cool. Hier war das. Das ist wahrscheinlich noch ein größerer Abschnitt, wenn ich drüber nachdenke. Ah, das ist ein... das passt ganz gut, würde ich sagen. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, Sir. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Sein Sie vorsichtig. Ne, Double H trägt seinen Helm, ähm, nicht außerhalb von Kämpfen. Oder wenn er Türen auframmt. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Stellen, wo er seinen Helm, äh, aufsetzt. Da komme ich so nicht rein. War da eine Tür? Ja, da ist ein Gang auf der Seite. Okay. Kein Soldat. Am Arsch der Heide. Ist nicht schlimm. Zu weit weg, als dass er mich jetzt verfolgen könnte. Haben wir ja gar keinen anderen Gegner? Hm. Dann kann ich den da nicht ausschalten. Ja, verdammt. Da hat er sich gerade in dem Moment umgedreht. Lauf, T-Richt. Lauf. Ja, damit man ihn von den anderen Soldaten unterscheiden kann, da hast du vielleicht recht, Tymon. Aber ansonsten er hat ja auch eine etwas, äh, bronzefarbene Rüstung, als hier die, die, die richtig bösen Soldaten. Das wäre auch nochmal ein Anhaltspunkt. Ah! Oh, jetzt bin ich an der Ecke hängen geblieben, verdammte Hacke. Ne, nochmal. Ich bin im Aufzug. Geh wieder zurück. Du siehst mich nicht, während ich im Aufzug stehe. Zone gesäubert. So, nochmal. Da steht er. Ich kann jetzt sogar, weil er jetzt zurück geht, wirklich drauf schießen und das ausnutzen. Ich hatte das Gefühl, hier kommen nachher noch mehr Wachen. Das ist einfach zu viele Versteckmöglichkeiten, als dass es hier nur eine Wache sein kann. Hat er vorher nicht immer was gespendet? Habe ich das auch nicht gehört? Das wäre ja schlimm. Moment. Dashboard. Ne, nur ganz am Anfang. Bis jetzt hat sich, glaube ich, nichts Neues ergeben. Aber ich glaube, die Spenden-Dinger, die würdet ihr... Also, die kann man gut sehen, die ganzen Gift-Bilder, die ich eingefügt habe. Vielleicht konnte man sie bis jetzt nicht hören, aber sehen müsste man sie können. Was ist... Das ist eine Kanone. Wollte ganz sagen. Ich konnte es erkennen, nicht weil es genau auf mich zielt, aber es ist eine Kanone. Hoppala. Da ist der Nächste. Den müsste ich aber auch ziemlich früh jetzt ausschalten können, oder? Ich meine, wenn er wieder die einzige Wache ist... Hoppala. Dann kann ich dem auch in den Rücken schießen und er wird dann dadurch im Endeffekt... Zack. Zumindest ist er jetzt außerstande, mir gefährlich zu werden. Und ich muss nur mir Zeit lassen mit dem Rüberlaufen, damit die Alarm nicht ausgelöst wird. Und kann dann in seinen gepflegten Rücken treten. Bonk. Der Abschnitt hier ist irgendwie komisch. Es scheint so, als würden hier NPCs fehlen, habe ich das Gefühl. Na, keine weitere Wache. Nein, nur ein Laser. Aber ich muss sagen, es kommt mir auch gar nicht so... Kamera. Ich denke schon wieder, es ist eine Cutscene. Es kommt mir auch gar nicht so unrecht, wenn das Spiel hier vielleicht sogar ein bisschen kürzer ist. Vielleicht könnte man am nächsten Wochenende ja nochmal einen Doppelstream ansetzen. Ah, auf Zeit gesteuert, okay. Denn ich hatte es ja gestern gesagt, als Felu da war, dass der Kollege am 15. bei mir reinschauen wird und wir dementsprechend ein neues LP noch aufnehmen werden. Ach, das ist eine Druckplatte, okay. Ähm, von daher gleichzeitig Stream-Aufnahme hochladen plus Folgen von Felu bearbeiten plus die normalen Let's Plays noch halbwegs am Laufen halten. Ähm, es ist ein bisschen viel. Da muss ich aufpassen. Und das Beste der ganzen Sache ist noch, nächste Woche Mittwoch kommt der nächste Patch in WoW raus. Und die Woche danach, also ich glaube wirklich am... Moment, ist es dann der 15.? Heute ist... Samstag, ne? Das heißt, in einer Woche ist wieder... ist dann Samstag. Ich glaube, so am 18. oder sowas kommt der nächste Patch raus. Das heißt, ich darf wieder Boss-Taktiken und sonst welche Sachen alles vorbereiten, damit ich als braver Raid-Leiter da auch Ahnung habe, was ich tue. Das wird eine geschäftige Woche, sag ich euch. Aleepa. Und eine Perle. Ist mir klar, dass euch Doppel-Stream gefallen würde. Solange es spielerisch gut hinhaut, sag ich mal, habe ich auch nichts dagegen, das öfter zu machen. Ich glaube nur, die Sache ist halt, ähm... Das ist... Ich will nicht sagen, dass ich in dem Punkt, äh... Ich will da nicht wieder irgendwie auf Mitleid raus sein, Leute. Nur... Ich bin dann launisch. Ich bin dann so ein richtiges Waschweib. Wenn es darum geht, ähm, wie ich gerade drauf bin in puncto, wie viele Aufnahmen ich gerade habe oder wie es gerade mit den Aufnahmen aussieht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die, äh, die auf... die Stream-Aufnahmen von, ähm, 999 hochgeladen habe. Da sind im Endeffekt, ja wirklich, habe ich jeden Tag eine Folge hochgeladen. Und ganz wenig von Monster Girl Quest und Final Fantasy. Woran lag das? Ich hatte keine Final Fantasy-Materialien mehr. Und Monster Girl Quest war kurz davor, zu Ende zu gehen, die Aufnahme mit Negroya. Die letzte musste ich jetzt gerade erst machen. Von daher kam da nicht sehr viel. Ähm... Deswegen, in solchen Wochen mache ich lieber nur einen Stream, weil ich mich täglich hier ein bisschen ans Schneiden setze für ein paar Stunden. Ähm... Aber jetzt, sag ich mal, in der Ruhe vor dem Sturm, da kann man gerne mal zwei, äh, zwei Tage machen. Das ist eine Spende gewesen. Die habe ich gehört. Moment. Da muss ich rüber gehen ins andere Programm, weil ich OBS-Dicht gemacht habe. Ah! Und ich muss mal kurz gucken, ob das Ding sich jetzt aktualisiert hat. Das wäre auch noch interessant. Ah, verdammt mich. Ne, es hat sich nämlich nicht aktualisiert. Das muss ich nochmal nachgucken. What the fuck? 10 Euro von Ape to Reno. Ich danke vielmals. Ich muss gerade nochmal gucken, wo ich die Nachricht hier finde. Jeder liebt Doppelstreams. Okay, das nehme ich als Bestätigung für Doppelstreams. Vielen lieben Dank dafür. Eieiei, das ist ja fast schon ein Versprechen, dass ich jetzt Doppelstream machen muss. Na gut. Ach. Das Blöde ist der Spenden-Counter-Aktualisier. Also das Spendenziel hat sich schon wieder nicht aktualisiert. Moment. Wenn ich gerade schon mal auf dem Desktop bin, dann muss ich das nochmal ganz kurz nachgucken. Donation-Goal. Auch wieder bis zum nächsten Mal zu korrigieren. Zack. Und ich glaube, dafür muss ich die Ebene. Refresh Cache of Current Page. Ja, jetzt ist das Ding nämlich wieder weg. Nee. Das ist so richtig, richtig blöd. Warte mal. Reichweite 4. Reichweite 6. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Shit. Ach, Mannu. Das ist nervig. Ich will doch nur sehen, was abgeht. Aha, da ist er wieder. Und jetzt ist er auch aktuell. Ich tanke nochmals. Eine Sache, die ich nachher noch mich mit beschäftigen muss. Gut. So. Nee. Irgendwann das hinklicken, damit das nicht wieder passiert. Wieder zurück zum Spiel. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Nein, jetzt sind die Spenden wieder da. Ja. Alles, alles, alles läuft nach Plan, Leute. Es ist alles, alles so geplant. Keine Sorge. Es soll nur den Anschein machen, dass keine Spenden da sind, damit mehr reinkommen. Bekomme ich mehr Mitleid. So läuft das. Und nochmal zwei Perlen. Nee, ich meinte, ähm, freitags und samstags streamen von 19 Uhr an wieder Richtung Mitternacht oder so. Das passt noch am besten. Ich bin zwar momentan so ein bisschen eine Nachteule, aber man merkt halt auch immer in den Streams, ich weiß nicht warum. Ich meine, ich habe ja die Energydrinks stehen und wenigstens einen davon kriege ich ja pro Stream wenigstens weg. Eher sogar zwei. Aber trotzdem, bei 999, also beim letzten Stream-Projekt, nach vier Stunden Stream oder sowas, ich fange einfach an zu gähnen wie ein Bekloppter. Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht so sehr müde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gähn. Und am Spiel liegt es auch nicht. Wenn ich bedenke, wie müde ich war im Finale von 999, am Ende natürlich, weil es hat lange gedauert, der Stream. Ich glaube, acht Stunden oder so. Schon wieder. Acht Stunden oder so. Upsala. Ähm. Und das war so dermaßen spannend und trotzdem habe ich die ganze Zeit versucht zu gähnen. Also, naja. Heilige Scheiße. Schon wieder der Inquisitor hinter mir. Nee, ist es nicht mal der Glatzen-Typ. Das ist jetzt ein anderer. Guck mal hin. Der hat einen... Der hat einen Helm auf. Das kommt von da drüben. Nein, ehrlich? Hilfe! Äh. Au. Äh. Au. Ey! Ich kann mich nicht be... Ich kann mich nicht bewegen! Was war das denn für ein Scheiß? Ja, genau. Jag mal die Sachen hier in die Luft. Ah! Scheiße! Nachher muss ich wirklich noch was essen. Das will ich aber nicht. Nicht während einer... Verfolgungsjagd. Ach, aber die Kisten bleiben heile, wenn sie drauf schießen oder wie. Die Alana gehen kaputt, nur die nicht. Sind sie okay? Äh. Ja, aber wir hauen besser ab, bevor sie merken, was ich mir gerade von ihnen geborgt habe. Ja, klar. Sie haben meine Spur verloren da oben, ne? Ich meine, die kommen jetzt nicht darüber geschossen und... Und machen weiter? Nee. Äh. Also so, jetzt ist hier der Zugang dicht, oder wie? Ja. Dafür, dass ich das Geheimnis hier anscheinend vollständig abgeschlossen habe, komme ich jetzt nicht mehr in diese Tür hinein. Das ist... Das ist fair. Dann muss man Sachen nicht doppelt machen. Das ist eine gute Idee. Ich muss ein bisschen Bewegung machen. Ich hab's gemerkt. Ja, klar. 5 Uhr morgens darf man auch mal eine Runde gehen, aber... Es war die anderen Streams vorher auch der Fall. Und da haben wir nur bis 23 Uhr gestreamt. Ja, der Leuchtturm ist eigentlich... Ist eigentlich auch eine nette Idee. Ich hab jetzt die... Die Detektoren. Ich kann auch mal zum Neusturm zurück und da ein bisschen gucken. Was hab ich jetzt? Ziele. Mond und Schiff. Genau. Ich muss das Schiff von Pagie finden im Turm und damit zum Mond. Wahrscheinlich. Wie viele Perlen hab ich denn? 41. Dann müsste ich ja auch mein... Mein Bötchen ein wenig aufwerten können. Dafür muss ich nach Süden. Das ist links. Eine Anekdote. Lass mich mal lesen, Karan. Die Nase fast gebrochen, weil du vom Sofa gefallen bist vor Müdigkeit. Also hast du irgendwie in Real Life so viel Stress, dass du immer dabei einpennst? Ich mein, beim Stream gucken pennst du ein. Beim Lego Star Wars spielen pennst du ein. Das könnte leichte Probleme machen, wenn du immer wieder vorne überfällst. Da denke ich gerade an den Film Red Race, wo Rowan Atkinson, also der Schauspieler von Mr. Bean mitgespielt hat, der an einer Schlafkrankheit gelitten hat. Ist einfach irgendwo in der Meute stehen geblieben, einfach dann so... Einmal weggepennt. Das fand ich auch nicht schlecht. Also Red Race als Film ist zwar bekloppt hoch 10, fast schon trashig, aber ich fand's gut. Ich fand's witzig. Moment, ich will erst zur Werkstatt. Gibt's eigentlich noch mehr Rennen in dem Spiel, die ich fahren kann? Die haben ja Spaß gemacht, also... Ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen. Du schläfst gerne im Gilden-TS ein? Okay. Das kenne ich aber. Aber da haben wir, ich glaube, auch ein, zwei Leute, wo die dann den, der Account die ganze Nacht im Team-Speak ist, weil die eingepennt sind nebenher. Vielleicht, weil irgendwie noch so Stream oder YouTube nebenher lief und einfach denen das, das, das Ding angelassen. Wie viel habe ich jetzt noch mal? Moment. Escape. 41. Ich kann mir also den Flugstabilisator kaufen. Oder für 30 den Sternenantrieb. Hm. Okay. Das heißt, jetzt habe ich wirklich mal die Wahlleute, was ich kaufen möchte. Mir fehlen ja nur... Moment, 20, 30. Mir fehlen nur 10 Perlen, ne? Um zum, um beides kaufen zu können. Aber was ist jetzt was? Flugstabilisator, äh... Damit kann ich gerade nichts anfangen, was das mir bringen würde. Mit dem Raumantrieb? Oder Sternenantrieb? Hm. Kann ich damit wirklich dann fliegen? Oder ist das für die Mondmission gedacht, dieses Item? Hm. Rain, du sagst, ich soll Stabilisator nehmen. Ist das das Flug-Item vielleicht? Oder Steuerung? Habe ich da nicht immer so eine seiftige Steuerung? Kommt das hin? Das wäre gut. Das würde ich sofort nehmen. Äh. Na gut, ich kaufe das Ding hier mal auf deine Verantwortung. Neun Perlen fehlen mir noch. Ich kann vielleicht wieder welche auf dem Marktplatz oder so einkaufen gehen. So, was bringt das? Ein Gyroskop. Gute Arbeit. Ein Flugstabilisator für jeden Reaktor. Kuh ablegen, auswählen. Tjo. Das hat mir jetzt... Na gut, ich werde es nachher draußen sehen, was es bringt. Okay, gekauft. Ah. Aha. Du wirst es nicht bereuen. Die Mamago-Jungs stecken voller gute Ratschläge. Das tun wir. Na klar, wenn du das sagst, Jade. Aber unsere Mama akzeptiert nichts außer Perlen. Ach ja. Allgemein. Nicht nur auf die Bösewicht-Geschichte bezogen. Aber ich finde, dem Spiel würde ein bisschen Charakter-Development ein bisschen ganz gut tun. Die Charaktere sind witzig, ja. Hier, dass die Nashörner hier im Endeffekt Jamaika-Brüder sind, ist eine witzige Idee. Daraus kann man schon einiges ziehen. Aber keine Ahnung. Dann gibt uns beim ersten Mal, wo man hier ankommt, gibt uns eine Cutscene, wo man die drei miteinander sprechen sieht. Wo mal so ein, wie soll ich es definieren, Kifferunfall passiert. Wo die einfach zu gedröhnt sind und einer fällt ins Wasser oder denen fällt was auf den Kopf oder sowas. So Kleinigkeiten. Die hätten noch ein bisschen Atmosphäre reingebracht. Ich glaube, ich kann mal wieder ein bisschen Gesundheit gebrauchen, sehe ich gerade. Ich finde das Raumschiff und ich werde verstehen, wofür der Stabilisator ist. Klingt fair. Aber, ja gut, ich werde jetzt mal zum Leuchtturm zurückfahren. Ich kann mal auf der Karte gucken, ob ich jetzt eigentlich mit dem Perlensensor irgendwas sehen kann. Tatsache. Hui. Das ist nicht wenig. Also die, wenn es mehr als eine Perle ist, dann werden sie offenbar in Form von einem Haufen dargestellt, wie man oben rechts auf der, das ist die Schatteninsel, oder? Ich meine, das war die Schatteninsel, sehen kann. Und bei Tiere, oben bei der Schatteninsel zwei und ich glaube, das ist, was ist das da unten eigentlich? Das muss doch ein riesiges Landmassiv sein, oder habe ich jetzt gerade was verpasst von der Logik her? Vielleicht haben wir noch Zeit. Okay, ich fahre mal kurz woanders hin. Ähm, Süden. Hier, das da ist das doch. Ach, das ist die Anlage, wo die, das Schlachthaus drauf ist. Was gibt's da? Tiere? Okay, auf der rechten Seite der Insel gibt es einen, einen Punkt, wo man fotografieren kann. Oh, nee, halt, Moment mal. Kann ich auf die Insel anlegen? Hier vorne haben wir Kisten, da haben wir Netze. Ähm. Ich kann ja nicht, dass da innen drin auf der Insel müsste ein See sein, oder? Aber ich kann ja nicht auf die Insel jetzt wieder rauf. Das heißt, im Endeffekt müsste das ein Tier sein, was ich in der Anlage verpasst habe. Könnte das hinkommen? Ich sehe keinen Zugang, wo ich rüberfahren könnte. Hm, nee. Nee, nee. Dann lassen wir das erstmal. Die Perlen könnte ich ja noch suchen gehen, wenn ich es auf dem Radar jetzt habe. Aber ich werde jetzt nicht für ein Tier nochmal ins Schlachthaus reinfangen, garantiert nicht. Und das andere war ja, äh, da oben auf der Schatteninsel. In der Schatteninsel könnte man nochmal reingehen, wenn ich jetzt richtig tippe, dass das Ding da ganz rechts oben ist. Kann jetzt die Maus das gerade nicht benutzen, neben dem Menü. Ähm. Dass man da nochmal knipsen kann und nochmal Perlen sammeln kann, wenn ich auf 50 aufstocken muss. Oder 40. Ähm. Aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken. So. Leuchtturm. Oder ehemaliger Leuchtturm. Hallo. Da. Dieses sehr gut dargestellte, ähm, äh, Überreste des Leuchtturms. Hardcore defini- High Definition. Äh, muss ich hier anlegen oder woanders? Nee, das ist doch der... Genau, hier geht's ja ins Tor rein. Dummbatz, Anachon. Du musst ja reinfahren. Mio. Stimmt. Wir haben ja erst zwei Plünderer-Höhlen gefunden gehabt. Und ich meine, die letzte, wo ich drin war, war die Nummer 4. Das heißt, die 1 und die 3 fehlen mir noch. Das wäre cool. Ähm. Da geht's zur Werkstatt. Ich geh mal ganz kurz in die Werkstatt. Mal gucken. Ob hier irgendwas gewesen ist. Wir haben hier vier, äh, vier Knöpfe und einer davon ist rot. Du weißt, welchen drücken muss, Jade. Los. Tu es. Hm. Hier gibt's die Missions-Discs. Hier haben wir nur die Schaltfläche für das Alpha-TV. Das TV für Bodybuilder. Alpha. 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 Naja, wenn ich die Soldaten hier sehe in der Alpha-Armee, dann kommt das sogar hin. Hätte ich fast vergessen. Na gut, äh, erst mal speichern wir nochmal. Äh, wo haben wir es denn? 8, 12, 8, bla, so. Goodie. Na gut, scheint hier drin aber sonst nichts weiterzugeben. Ich meine, war es Gotik? Oder ich weiß jetzt gerade nicht, wer geschrieben hatte, in puncto nochmal in der Werkstatt umsehen von Page. Aber es könnte natürlich auf, äh, das ganze Areal hier unten bezogen sein, inklusive des Hangars. Von daher. Das Banshee-Mädchen war wirklich cool vom Design her, ganz ehrlich. Die erinnert mich so ein bisschen an... Oh, ich hab zu wenig Adventure-Time gesehen, Leute. Ich mag... Nein, nein, nein! Der ist kaputt. Nein! Ja! Vorsicht, Miss Jade! Die Alphas könnten noch hier sein. Double H, sie haben die Kinder. In der Wesen's Leben so hoffen sie noch. Umi! Sasa! Ja. Haben sie gut getroffen, würde ich sagen. Ist auch so ein Problem, wenn man die ganze Zeit auf Weltentour ist und Kinder zu Hause alleine lässt, obwohl eigentlich die Alphas genau wissen müssten, wo Jade herkommt. Sie war nämlich im Fernsehen. Ganz am Anfang des Spiels war Jade ja im Fernsehen. Das heißt, die wissen doch schon seit Ewigkeiten, wo sie lebt, ne? Und könnten die Kinder als Druckmittel benutzen. Oder? Jetzt hab ich grad den Faden verloren. Was wollte ich grad nochmal sagen, Leute? Verdammt! Umsehen, Pages Werkstatt, am Anfang des Spiels irgendwas. Ne, ich hab's vergessen. Scheiße! Und ich kann den Schild nicht aktivieren. Noch beschissen, obwohl wir Credits haben. Geht nicht. Na, dann schauen wir mal, ob hier drin noch irgendwas übrig geblieben ist. Haben wir da noch Essen im Kühlschrank? Nein, haben wir nicht. Und ich kann den Schild nicht aktivieren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020